hallo und herzlich willkommen die begrüßung wird auch immer schlimmer und will hallo und ja so wahrscheinlich liegt das auch daran dass ich immer früher aufnehmen weil ich schicke ich mal darüber weil am anfang habe ich ja beziehungsweise was am anfang eben vor ein paar wochen habe ich noch mitten in der nacht aufgenommen und jetzt ist es gerade halb neun ja halb neun und das ist einfach viel zu früh für mich warum ich so früh aufstehe das weiß ich selber nicht ganz genau ok kurze zwischenfrage talo hat ist doch seine letzte siedlung oder nicht ok nein also ja schon wir nehmen schon an aber hat hat ok gerade seine letzte siedlung gegeben tatsache ok 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 aber das habe ich auch noch nie gesehen dass ein indianer seine letzte siedlung vergeben hat und jetzt maus hallo meine maus spinnt auch wieder rum hier haben wir sehr viel silber was einfach rum umgammelt weil wir es nicht abholen was jetzt auch nicht so schlimm ist weil warum so hier habe ich jetzt eine runde gewartet dass die gruppe da rein kommt weil sonst würden sie bestimmt wieder irgendwie rumfliehen oder so rumfliehen besonders ähm sehr viele indianereinheiten von kuhm haben bebe unterwegs er ist vorsichtig und wenn wir eben ein bisschen gold in den popo schieben bitte nehmt dieses geschenk an ist er zwar immer noch vorsichtig hat aber plus na plus drei da auf da hier plus drei oder ist das das plus drei wie auch immer er ist besser zu uns zu sprechen und hier werden wir jetzt mal in den krieg ziehen nicht gegen ok gegen die schon aber gegen die andere nicht und jetzt habe ich schluck auf gescheint jay schluck auf und tatsache er flieht aaaah verdammelt polschomöde na moment das ist ein pol nein polschomöde 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 demisenef so eine gratis beförderung für alle schießpülver schießpülvereinheiten bislang maus danke das problem irgendwie an meiner mausseite ein paar wochen spinnt hier rum aber das war mein löffel so dass also man kennt ja diese maustasten höchstwahrscheinlich an der maus die links und die rechts und die maus irgendwie hinüber so dass ich wenn ich so drauf drückt nur manchmal was passiert jetzt zum beispiel passiert immer was aber wenn ich irgendwie rum spiel oder so dann muss ich hier ganz nach außen gehen und quasi immer daneben tippen dass das dem aus funktioniert ich verstehe nicht ganz warum aber es ist eben so so hier so hier 99,6% mit 30% befestigung okay dann greifen wir da einfach an dann greifen wir da einfach an warum denn nicht dann haben wir die siedlung eingenommen mit etwas glück können wir die rück können wir die rück bringen aber halt stopp denkfehler matrix da ist kein wald das heißt er wird uns jetzt wahrscheinlich angreifen und uns höchstwahrscheinlich vernichten hier brauche ich nichts viel zu viele einheiten hier unterwegs aber okay ähm wir haben ja sowieso viel zu viel geld momentan darum ist das ganze auch total egal egal ähm jesuiten missionar was machen wir mit dir ich stecke mal danach doch san taktikern keine ahnung auf welcher seite des kreuzdings da ist weil äh weiß ich nicht so wahrscheinlich werden wir jetzt total alle einheiten verlieren nein werden wir nicht aber mehr steuern müssen wir zahlen so erstmal hier die gruppe auflösen 67,1 folgende idee ich weiß es wird nicht hinhauen weil die k.i. da wahrscheinlich schon zu schlau für ist aber wenn ich auf den hügel auf den berg ziehe ok ich schau ich schau nicht bis nach rüber nach zu daten de mexiko was für tolle deutsch schon wieder sein tut aber mit einiges an glück was machen wir mit dir ähm ähm kirche wieder bekanntes beispiel von wo kommt jetzt der zweite her äh egal egal hab ich nie aufgepasst was solls hier laden wir jetzt erstmal ein rum 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 eisenerz eisenerz tabak nach europa mit dir kumhambebe ist immer noch vorsichtig ich hab angst weil da überall seine einheiten rumlungern und während wir die ganze hauptstreit macht also die zwei hansel da im westen haben und unsere restlichen städte eigentlich so gut wie unbewacht sind sollte ich vielleicht mal ein paar einheiten kaufen mhm oder einfach mal wirtschaftlich weiter expandieren ok taktik ist gelungen er hat jetzt die stadt zurückerobert hier 99,9 wir greifen an weil wären wir in der stadt ge nein falsch wären wir in der stadt geblieben so hätte er uns wahrscheinlich besiegt attacke aber ich finde es auch ein bisschen spoiler mäßig wenn man da recht schon sehen kann wie der kampf ausgeht aber ok warum nicht buff aber die uniform ist auch recht schön ich habe noch nie eine portugiesische uniform gesehen von der zeit ok 67 ist mir schon ein bisschen zu wenig 50 ist mir sehr wenig und mehr als 99 ist mir sehr viel die du ok hier haben wir aber auch noch ein paar einheiten zur verfügung das heißt die stecke ich mal da hinein falsch und die einheiten werde ich dann da abziehen würde ich sagen und hier passt alles und hier passt eigentlich auch alles einladen tabak eisenerz eisenerz ich weiß gar nicht worauf ich geklickt habe weil wie gesagt meine maus ist irgendwie im im popöchen wenn irgendjemand weiß wie man das beheben kann beziehungsweise falls irgendjemand weiß was ich überhaupt meine so jetzt zum beispiel dann bitte schreibt es doch in die kommentare weil ich möchte mir ungern eine neue maus kaufen ich bin mit der ganz zufrieden obwohl das jetzt auch eine maus ist die schon etwas älter ist und auch eine ganz normale maus ist aber die die passt mir von der handform recht gut achso die grenze ist da oben ok hab nichts gesehen und ich finde einfach keine neuen mäuse da produzieren wir jetzt einfach mal handels erkundungspunkte haben wir genug jetzt hör auf ich möchte erst mal die kirche bauen und jetzt gründer fete erkundung haben wir nicht volle erkundungspunkte dann produzieren wir hier schön fleißig erkundungspunkte hier ja bleibste da und was ich sagen wollte was ist das was ist bloß eine artillerie garnison aber 15.000 indianer ich habe mich grad verschreckt ähm ich finde einfach keine maus die ähm mit der ich mich gut fühle mit ja mit der ich mich gut fühle weil nein gegen kuman bb ganz sicher keinen krieg ähm ich habe mir zwar auch schon ein paar gaming mäuse angeschaut bb bitte zurück bleiben aber irgendwie ne ich bleib lieber bei ganz normalen mäusen und dann auch bei dieser wenn es geht außer wenn sie wirklich kaputt ist aber das werde ich ja sehen was ich machen muss ich weiß auch gar nicht mehr wie ich angefangen habe ist auch total egal nö das machst du nicht 37% ist viel zu wenig hier in die kirche mit dir und hier holzfällerlager ein holzfällerlager war ii ii wie holzfällerl hä mine bauen will ich nicht wald abholzen will ich auch nicht achso ich kann bloß ne mine bauen ok dann bauen wir eben ne mine auch gut stimmt das ist ja buschland beachte immer die die gegend bist du kurz sie dann weißt du was passiert so eine palisade neue augsburg gebaut von rujana kapacke halten wir ein tabak als geschenk warum auch immer so und jetzt mal weil wir ja genug geld haben offizier wir könnten zwar auch alle ausbilden sollten wir eigentlich auch machen aber ganz ehrlich wenn ich schon geld habe dann gebe ich das auch aus also für vier einheiten und noch ein ne artillerie garnison und nach south salvador mit dir jetzt haben wir zwar kein geld mehr aber was solls und dich na dich hör auf dich da rein wir haben viel zu viel silber viel zu viel holz was mir alles total egal ist die schwere artillerie 95,4 attacke nein komm haben baby einen stück kaffee wenn ihr mir das erlaubt weil wie gesagt es ist noch früh am morgen wenn andere schon während andere schon lange arbeiten stehe ich gerade mal auf aber das ist eben das problem wenn man immer erst abends weg muss wo ist ein einheit befordern p äh im grunde interessiert uns nix so sonderlich eher todesmut gegen artillerie bringt uns jetzt auch nicht so die welt aber ok die deutschen drehen mal wieder am rad beziehungsweise ne das waren sogar wir ich frag mich immer noch woher neu flensburg kommt ganz ehrlich und ich sag eigentlich auch immer ja schreibts doch bitte in die kommentare und so weiter und so fort aber jetzt schreibt doch eh niemand was in die kommentare aber schreibt doch mal bitte was ich will kommentare beantworten bitte ok hier wieder mehr steuern so langsam werde ich wach das ist schön sauer salvador äh hier ist alles aufgewertet dann hier runter mit dir so und hier jetzt die letzte spanische stadt erobert beziehungsweise erstmal hingekommen moment die stadt ist da also können wir auf den hügel das ist schön hier haben wir einen bauernhof titu titu so ähm nochmal wo sind die siedlungen er wird er wird eher hier auf olinda gehen hat da allerdings auch ganz schön viele einheiten da oben das heißt euch schicke ich mal da runter äh kathedrale gebaut dann bauen wir eine schule hier eine waffenkammer gebaut dann bauen wir wir produzieren erkundungspunkte ihr habt als erster gouverneur fünf kathedralen in der neuen welt errichtet stimmt die quest gibt es ja auch noch äh gottes lohn ist euch gewiss aber auch euer könig möchte sich großzügig zeigen ähm zwei einheiten offizier oder zwei galleonen offiziere wir erhalten offiziere aus der alten heimat weil irgendwie habe ich dann das gefühl dass wir dann besser auf ähm dings besser aufgerüstet sind oder aufgerüstet ausgerüstet ist ja bloß wenn man ah verdammelt liebe deutsch aber das war mikro liebe deutsch du bist kompliziert also besonders so früh am morgen ich komme sowieso mit deutschen nicht zurecht weil irgendwie hallo weil ich ja bayern bin und bayern können keine deutsch können bayern was was für blödsinn ich da vor mir hinschwafel das ist doch nicht mehr zum aushalten und woher auch immer jetzt der offizier wieder kommt alle nach olinda da dann ist zwar die hauptstadt ungeschützt aber interessiert ja niemanden du kommst ja auch mal bitte raus dann kannst du hier mal wieder einladen Tabak Eisenerz Zigarren und nach Neu Augsburg mit dir den hätte ich eigentlich wieder nach Quebec schicken sollen aber ok wer nicht will der will eben nicht ähm ja dann kommst du nach Ville des Trois und ja ok ja 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 was hat er denn da noch zwei Artillerie garnisonen das werden wir jetzt noch erobern Erkundungspunkte John Winthrop hat angeboten sich eure Sache anzuschließen plus fünf Hemmer pro Kirche und plus zehn pro Kathedrale das ist auch ganz nett habe ich bis jetzt meiner ganzen Colonization Karriere also die zwei Spiele die ich bisher gespielt habe von Anfang bis Ende ähm habe ich bisher noch nie erlebt so da waren ja noch zwei Einheiten an Bord und das wollte ich wieder nicht hör auf ich wollte eigentlich die Handelsgüter ok folgendes wir werden hier mal ausladen und nochmal alles einladen so Tabak nochmal Tabak Eisenerz Handelsgüter Handelsgüter und jetzt nochmal Tabak so das wollte ich machen du kannst hier mal wachen und du 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 kommst in die Kirche als Messdiener da fällt mir jetzt ein blöder Witz ein mit Messdiener und Baumarkt aber ich sag nix hehehe nein ich sag nix ich sag gar nix was war nochmal Straße bauen nein Plantage Modernisierung Bauern ne ne Bauernhof I I wie Bauernhof ein I wie Bauernhof so hier werden wir jetzt mal die Stadt erobern Attacke ähm das heißt ein Attacke auf Portugiesisch Moment auf Spanisch weiß ich es aber es fällt mir auch gar auch gar nicht ein und es ist nicht die letzte Stadt weil er noch eine hat super mit einer Artillerie garnison dann werde ich eben noch ein bisschen überziehen weil ich möchte den Franzosen gerne ausgerottet haben du kommst hier hinein und da und da und da und da und da und da einfach nicht mehr lange rumziehen Geldadel abschätzend blickt ihr ihn an als wichtigster Bürger dieses Stadt Städtchens ich hab Stadt Athen gelesen hab mich gewundert was das sein soll ähm als wichtigster Bürger dieses Städtchens wurde er euch angekündigt bei eurer Inspektionsreise statt eines geistlichen oder gelehrten stellt man euch nun diesen Händler vor einen Stutzer mit glänzender was steht da Samtweste einem Spazierstock das ist nämlich total blöd so schräg zu lesen weil ich muss ja amiko sein ähm einen Stutzer mit glänzender einem Spazierstock mit goldenem Griff und einem Umhang aus edelstem Pelzwerk den er in das wie ihr wisst selbst zugeschmiedet 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 hat warum kann man einen achso umhangen oh Kruzi steh auf bitte ok ihr ergreift seine Hand und schenkt diesem wohlbetuchten Herrn ein wohlwollendes Lächeln Lächeln Herr Pelzhändler sagt ihr habt Dank dafür dass ihr mit eurem feinen Wahn nicht nur euren Wohlstand mehrt sondern auch den unserer Kolonien ich kann nicht lesen ich bin Analphabet wie es scheint ok hier bauen wir auch eine eine Dings einen Bauernhof hier mal alle gewacht du ziehst da rüber halt ähm jetzt ist plötzlich noch eine zweite Artillerie Garnison aufgetaucht aber ok ist ja auch nicht schlimm dann kommt ihr auch mal alle da hoch du kannst noch ein bisschen was einladen nämlich Zucker und Tabak und Zegarn und einmal Holz komm schon nochmal 16 Holz und nach Europa mit dir ähm Moment ok das sind wir dieses blau rot gelb Dings da das sind wir gescheint oder ich habe schon wieder die falsche Einheit losgeschickt kann auch sein ist mir aber auch egal momentan ich will oh wir erhalten von Kunham Baby 7 Tabak er mag uns anscheinend darum mag ich ihn auch ich habe zwar immer noch ein bisschen Angst vor ihm ja ja weil er hat sehr viele Städte und sehr viele Einheiten und wir haben das nicht also doch wir haben sehr viele Städte aber nicht sehr viele Einheiten im Gegensatz also wenn man mal so im Vergleich zieht hier sind viel zu viele Einheiten wenn man im Vergleich zieht Stadtanzahl und Militäreinheiten dann sind wir eindeutig sehr weit hinten und äh hier haben wir das erobert aus Versehen äh nicht erobert sondern zerstört Simon Bolivar hast du denn noch hast du denn noch Siedlungen ich werde ihm mal den Frieden vorschlagen mit einer Karte der neuen Welt schlagt ihr ein er hat tatsächlich keine Siedlungen mehr allerdings noch ein paar Einheiten aber das ist jetzt auch nicht die Welt dann werden wir die Franzosen einnehmen und die Siegbedingungen ich traue mich gerade nicht irgendeine F8 äh eine F-Taste zu drücken 53% des Landgebiets haben wir fast erreicht und 75% der Weltbevölkerung sollten wir Kunhambebe auslöschen müssten wir das eigentlich erreichen das einzige wie sollen wir den Indianer hier besiegen oder was sagt ihr auf Kunhambebe gehen der eigentlich mitten in unserem Reich liegt mit 2, 4, 6, 8, 10, 12 mit 13, 14 Siedlungen oder hier oben zu Huyana Kapak mit 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Siedlungen die allerdings günstiger gelegen sind weil im Grunde müssen wir bloß die 2 Siedlungen da schützen bzw. eventuell sogar die 3 Müsste allerdings viel schneller gehen ähm schreibt es einfach in die Kommentare sollen wir dann jetzt gegen Kuyana Kapak oder gegen Kunhambebe in den Krieg ziehen ich bin gespannt was ihr sagt und die Folge dauert eine halbe Stunde mal wieder egal ich hoffe die Folge hat euch gefallen ich gehe wieder schlafen und wie immer gilt grüßli euer Mr. Kurzi